Ich werde dir die Zahl, die du kommentiert hast, am Ende des Videos sagen. Ja, let's go. Wenn jemand nach rechts schaut und dann nach oben, bedeutet es, dass sie lügen. Ja, ist das so? Wenn sie nach links schauen und nach unten, bedeutet es, dass sie nachdenken, um die richtigen Sachen zu sagen. Ja, ja. Ja, aber vielleicht lügen sie auch. Vielleicht wollen sie das Richtige hören. Vielleicht wollen sie das Richtige für mich sagen, aber nicht für sich selbst. Die meisten Handys haben diesem Emoji nicht. Kommentiere Meep in eckigen Klammern, um ihn freizuschalten. Let's go, let's go. Du weißt, dass jemand sein Lächeln faked, wenn seine Augen nicht genauso lächeln wie seine Lippen. Jetzt ist es fake. Meine Augen lächeln auch. Das ist Lüge. Handgästen sagen eine Menge aus. Wenn deine Fingerspitzen nach oben zeigen, möchtest du etwas vorschlagen. Und wenn sie nach unten zeigen, stimmst du mit etwas nicht überein. Bevor ich deine Nummer errate, solltest du diese... Errate doch einfach jetzt. Mach doch keine Faxen jetzt. Das Plus verschwinden lassen. Aha.